Lange hat es gedauert, nun ist es endlich soweit, die neue Tycables Puppers ist da. In Windelnews Folge 12 habe ich sie euch schon vor etwa 9 Monaten vorgestellt. Leider war sie einige Zeit bei keinem Shop zu vernünftigen Preisen und Versandkosten lieferbar, das hat sich erst vor wenigen Wochen geändert. Die Packung sieht aus, als ob man sie leicht öffnen könne, das hat nicht wirklich gut funktioniert, daher besser vorsichtig mit einer Schere aufschneiden. Sie ist ebenfalls bunt bedruckt, wie es mittlerweile bei fast allen neuen Windeln der Fall ist, die durchsichtigen Verpackungen scheinen ab zu sein. Tycables hebt sich mit einer Art Sichtfenster hervor, das einen Teil der Windeln darin zeigt. Beides hat ein neues Design bekommen, der Hersteller hat in letzter Zeit mehrere Modelle überarbeitet. Die Windel fühlt sich bereits beim Auspacken ziemlich dick an. Wer den Hersteller kennt, den dürfte das nicht überraschen, er ist bekannt für einen extra breiten Schnitt und richtet sich an ABDL, die sehr viel Wert auf Sicherheit legen. Äußerlich hat sich das Farbschema verändert, der auffällig in gelb und orange gefärbte Hintergrund auf der Klebefläche ist verschwunden. Stattdessen haben die Motive einen passenden Hintergrund, wie beispielsweise die große Flamme der Feuerwehr. Auffällig ist der Blauton und die Pfoten hinten an den Seiten. In der Mitte ist nun ein großes, buntes Motiv, das zusammen mit dem blauen Rahmen gut zusammenpasst. Dazwischen sind die kleinen Hydranten geblieben. Sie sind ein versteckter Nässeindikator und verschwinden, wenn sich die Windel füllt. Clever und liebevoll gemacht, das erinnert mich an die Little Paws von ABU. Angeboten werden sie im Zehnerpack mit einer theoretischen Saugleistung von 7500 ml. Größe Medium, Large und Extra Large sind verfügbar, Small lässt auch Tycables aus. Bei 28,90 Euro pro Packung kostet eine einzelne Windel 2,89 Euro und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt von allen bisherigen Tests. Außen setzt sie natürlich auf Folie, was laut meiner Umfrage die große Mehrheit der ABDL bevorzugen. Vor allem bei Tycables kann ich das absolut verstehen, deren Folie ist sehr weich, ich finde sie besonders angenehm und sie wirkt stabil. Verschlossen wird sie mit Klett, nur bei der Schwestermarke NRU setzt das Unternehmen auf Kleber aus Folie, die sich aber trotzdem alle mehrfach verschließen lassen. Vor den Ergebnissen im Alltag kommen wir zum Sponsor dieses Videos, Diaperminister ist einer der größten ABDL-Shops in Europa. Er hat mir dankenswerterweise eine Packung Tycables Puppers zum Testen für dieses Video zur Verfügung gestellt. Sie ist dort lieferbar und ihr könnt aus einem großen Sortiment von Windeln aus verschiedenen Preisbereichen auswählen, neben bunten ABDL-Windeln sind auch einige medizinische dabei. Wer sich für Kleidung interessiert, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Neben einer großen Auswahl von Bodys gibt es kindliche Unterhosen, T-Shirts und viele weitere Dinge für Adult Babys und solche, die es werden möchten. Zur Feier der bald 4000 Abonnenten auf meinem Kanal bekommt ihr mit dem Gutscheincode WINDELTV10 einen Rabatt von 10% auf eine Bestellung pro Kunde, der auf alle Produkte gilt, die vorrätig sind. Ihr könnt euch mit Windeln, Kleidung oder einer Mischung aus beidem eindecken. Ob es sich lohnt, die neuen Tycables Windeln zu bestellen? Ich habe eine Packung im Alltag getragen, sie passen sich gut an den Körper an und man spürt ein deutliches Gefühl, gut und sicher eingepackt zu sein. Die Klettverschlüsse lassen sich beliebig oft neu verschließen, dafür ist das Entsorgen etwas komplizierter, als bei Klebern aus Plastik. Hier könnt ihr die Windel nochmal von hinten sehen, wenn sie angelegt ist. Die Waage bestätigt meinen Eindruck, 244 Gramm kann sich sehen lassen und liegt deutlich über dem Durchschnitt aus den Praxistests. Das ist ein Gramm mehr als NR-Utinymals, beide sind also vergleichbar. Damit ist ihr ein Platz auf der Top-Liste der aktuell dicksten ABDL-Windeln sicher. Mit dem Sitz und Komfort bin ich sehr zufrieden. Die Nutzung im Alltag stellte sie vor keine Herausforderungen. Egal ob man öfter kleinere Mengen reinmacht oder weniger größere, es wird alles aufgesaugt, sogar recht schnell. Durch die Dicke fällt es anfangs kaum auf, dass sie nass geworden ist, man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Unfälle gab es keine, bei der gesamten Packung ist nie vorzeitig etwas daneben gegangen. Irgendwann kommt aber auch die beste Windel an ihre Grenzen, diese hier wog fast 2,3 Kilogramm, bis sie die Hose darüber nass machte. Das ist ebenfalls ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis, wie man es nur bei den dicksten ABDL-Windeln erwarten kann. Auf dem Bild könnt ihr auch sehen, wie die Hydranten bei einer vollen Windel aussehen, sie lösen sich mit der Zeit auf, je voller sie wird. Am Ende sieht man nur noch leichte rote Pfützen, das Motiv selbst ist nicht mehr zu erkennen. Bei der Saugleistung gibt es wenige, die das toppen können. Etwa die Little Rascals V2 mit 2,4 Kilogramm oder beim gleichen Hersteller die Tycobus Overnights mit einem geringfügig besseren Ergebnis. Auch die vorher erwähnte NRU lag ein wenig darüber, allerdings ist sie mit 3,09 Euro pro Stück ein gutes Stück teurer. Außerdem ist die Klebefläche dort zu weit unten positioniert, was bei einer Windel in diesem Preisbereich nicht passieren sollte und ich bisher bei keiner anderen gesehen habe. Die Tycobus Overnight kostet genauso viel wie diese hier. Da sie sich in der Saugleistung nur minimal unterscheiden, bleibt es eine alleinige Frage des Geschmacks, welche einem besser gefällt. Anders sieht es bei der Little Rascals V2 aus, sie hat mehr ausgehalten und kostet mit 2,69 Euro pro Windel weniger. Die Folie fühlt sich dort zwar auch gut an. Tycobus schafft es allerdings, sie noch etwas weicher zu machen in einer Art, wie ich sie bisher bei keinem anderen Hersteller gesehen habe. Es wirkt hochwertiger. Ich würde daraus allerdings nicht schlussfolgern, dass andere Windeln schlecht sind. Auch die Little Rascals V2 finde ich angenehm, genau wie beispielsweise Abu Tiny Tails, Kiddo Lil Soaker, Rear Safari und viele weitere. Tycobus macht es anders und zwar anders gut. Interessant dürfte die Windel für Puppies und alle sein, die Welpen und generell Hunde mögen. Vom Design her könnte die Abu Tiny Tails eine Alternative sein, die allerdings mit 3,70 Euro noch mal weitaus teurer ist, als Tycobus. Dazu verkauft sie Abu exklusiv in ihren eigenen Shops und den Nässe-Indikator finde ich lieblos umgesetzt. Er wirkt wie von einer medizinischen Windel kopiert und in die ABDL-Windel eingefügt. Das kann die Tycobus besser, ebenso andere von Abu wie die Little Paws. Wer gar keine so hohe Saugleistung benötigt und auch das Design eher zweitrangig findet, der hat noch eine ganze Reihe an günstigeren Alternativen. Reaz beispielsweise hat mit der Safari eine Windel, die sich ebenfalls relativ weich anfühlt, nicht ganz so weich wie Tycobus, dennoch angenehm und als Alltagswindel völlig ausreichend. Dafür kostet sie mit etwa 2,33 Euro pro Stück deutlich weniger, als alle anderen, die ich vorher genannt habe. Man kann bei der Tycobus Puppers darüber streiten, ob das neue Design besser ist oder das alte. Was mir unabhängig davon nicht gefällt, es gibt keine Versionen, wie bei anderen Windeln. Tycobus hat nun zwei gleiche Windeln mit identischem Name, die man nicht auseinanderhalten kann. Wer denkt sich sowas Verwirrendes aus? Ich nenne die neue daher V2 in Klammern, damit man sieht, es ist eine inoffizielle Bezeichnung. Was denkt ihr über die Windel? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr mit anderen schreiben möchtet, die auch Windeln tragen, kommt gerne in meine offizielle WhatsApp-Gruppe. Bleibt trocken, bis zum nächsten Mal!